servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute gucken wir uns an wie es das zweite set der relikte des archivars kodex zu erhalten gibt und das sind ein paar ringe um genau zu sein haben wir den nether stern ring der selbstreflexion die tarnung des wechselbikes und den korak clown fähig doch nicht alles ringe aber ihr wisst was ich meine so die oder den nether stern findet ihr hier bei ungefähr 32 43 ihr müsst ganz unten am boden sein seht da diesen schimmernden riss von da geht ihr nach rechts und da ist hier so eine truhe da ist der drin was ihr vorher kaufen müsst es gibt bei dem archivars kodex dude vier schlüssel für 25 von den katalogisierten forschungen die müsst ihr kaufen weil ihr vier truhen habt und jede truhe geht mit einem schlüssel auf so hier haben wir jetzt den nether sturm drin den müssen wir jetzt aufladen indem wir hier mobs umpölen und wenn wir das geschafft haben können wir das gute stück zurückbringen als nächstes hätten wir dann den gorak clown fetisch den hatte ich jetzt schon in einem oder aus versehen nebenbei geholt den gibt es bei den koordinaten 44 57 hier unten ist eine höhle da müsst ihr reingehen hier so da rein braucht auch einen schlüssel und dann kriegt ihr das ding das ist eigentlich ganz ganz easy dann habt ihr item zwei von vier und jetzt holen wir uns als nächstes tarnung des wechselbikes dafür müsst ihr hierhin gehen ein quartier hier so ungefähr koordinaten 43 41 dann ist hier auch wieder eine höhle da laufen jetzt rein so alles fein hier ist ein rissportal da gehen wir auch dran vorbei und da steht dann die kiste wo wir das nächste schlüsselchen darauf anwenden kriegen dann tarnung des wechselbikes die müssen wir einfach nur zurückbringen dafür gibt es sogar noch ein spielzeug und katalogisierte forschung perfekt besser geht es ja eigentlich gar nicht und dann wäre auch das ding abgeschlossen fehlt also nur noch ein item um die zweite relikt stufe quasi komplett abzuschließen so fürs letzte item den ring der selbstreflexion müsst ihr nach hier drüben kommen auf diese seite habe es gemacht geht hier einfach bis zu dem punkt notfalls hier drüben springt darunter oder lasst euch rüber gleiten sterbt und wenn ihr wiederbelebt werdet kommt ihr hier rüber und danach müsst ihr dann zu den koordinaten wenn ich mich nicht irre 43 beziehungsweise ungefähr 44 und 78 das ist hier drüben da wieseln wir jetzt mal schnell hin da braucht ihr dann auch noch mal den letzten schlüssel dafür also denkt dran wenn ihr schon hierüber geht nicht ohne einen schlüssel ansonsten war euer weg womöglich umsonst so gehen wir mal schnell hier vorbei ihr könnt ihr natürlich auch vorbei schleichen wenn ihr das wollt einfach dass die mobs euch nicht zu sehr am poppes hängen und da ist dann die letzte truhe schließen wir auf dann ist der ring der selbstreflexion drin gibt auch wieder ein spielzeug dazu und katalogisierte forschung müsst ihr einfach nur noch zurückbringen in anführungszeichen und dann bekommt ihr auch dafür die belohnung und ich sag schon mal wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da aktiviert die glocke ihr kennt ja das spiel und noch ein kleiner tipp zum schluss wenn ihr von hier drüben wieder zurückkommen wollt sage ich mal ohne dass ihr bei sich ruhestein benutzt sterbt oder sonst irgendwas soll erst mal heile hierüber kommen sagt zack und dann ist hier drüben ein flatterflügel transporter den könnt ihr nutzen und der fliegt euch dann sogar bis ins versteck zurück und damit danke fürs zusehen viel spaß beim nachmachen viel erfolg bis zum nächsten video und reingehauen